WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich hasse diese Flügel mit Linger. Und klick rein. Und wenn ich wieder zum Laden komme, kann ich die ja mal verkaufen. Um mal rauszufinden, was dann passiert. Gut. Okay, das war einfach nur ein Loch im Buch. Kontrollraum. Kontrollraum kenne ich. Da war ich schon mal im Trainingsspiel. Und hat er sich dann eingekauft und so. Discoman. Ach, Cloud, da bist du ja. Patrick hat an der Station auf den neuen Kunden gewartet, weißt du? Ja, ich bin sicher, sie hatten eine wundervolle Zeit mit dir. Doch es ist weiteres wichtiger, dass sie von der Reise zu mir ersetzt. Von der Geschichte der Discolf waren, denkst du nicht? Ja, das gleiche gilt für das unabhängige Spazierbinden seiner Aufgaben. Nein. Meister, willkommen zu Hause. Du kommst genau rechtzeitig. Meine Wünsche sind mir befehlen. Machen wir es kampfbereit. Ich bin nicht den Fragegeistern unterstellt, sondern immer nur deine Gefühle an den Meister. So. Ich kann mir hier nämlich jetzt aufbauen. Ich kann die Sicheln verbessern, was ich vorhabe. Das Doppelschwert ist schon verbessert, aber da kann ich nicht viel mehr dazu packen. Ich kann hier noch Dinger machen, wenn ich denn dieses Ding hätte, was hinter mir zu sehen ist. Aber habe ich nicht. Komm. Damit an deiner Seite Meister wirst du unsterblich. Wow, wow. Es ist wirklich deutlich wiederzusehen, was. Was für eine nette Überraschung. Erinnerst du dich, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war ich ganz klein und du warst, naja. Egal. Arbeit. Also was die Plage besser werden, da ist er. Aber ich habe für dich mit Kundenzeit gearbeitet. Und das ist dann die zweite Seite, wo ich eben schon angerückt habe. Ich meine ein bisschen ganz klein, genau. Ich muss weiter. Dr. G. Reins. Und das war, glaube ich, der, an dem ich schon mal öfter gescheitert bin. Aber ich bin ja auch ein Breitöfter gescheitert. Also kann es ja nur besser werden. Irgendwas, das ist ein anderer. Den kenne ich ja gar nicht. Hallo. Du hast mir meine Konferenz ruiniert. Typen wie dich, du sind zum Kotzen. Warum reden wir nicht über deine Strategie, die sterblichen Welt zu pländern? Deine Abteilung ist die Grimes. Du... Ich bin nicht als Herr Grimes. Du mieses als Skelett. Du bist als Herr Grimes. Du bist als Skelett. Jetzt. Jetzt habe ich gesagt, ich sterbe hier. Ich stehe halt aus. das war meine letzte runde für das erste ruhe in papierkram gegner getötet 102 174 seelenmark gesammelt einen plagegeist getötet 2 getötet die sense vorgetäuscht eine richtige gelegenheit beursacht 140 schaden mit einem einzigen schlag ohne zusammenbruch 15 auf x ich habe neuen controller da ist keine farben mehr drauf das ist einfach nur buchstaben mein neunter versuch in diesem level in diesem weicher stand ich bin level 5 und komme wieder zurück in den eingang ich kann ja noch mal in der statistik reingucken ja mein schöner kostbarer geliebter rucksack zu wissen dass er hier müssen nicht das ist nur ein gewöhnlicher rucksack musst du richtig wichtig weißt du ohne ihn hätte ich nicht so auf verstecken gewonnen chef war spitze als ich klein war zwang ich mein papa in den schwierigkeitsmodus zu spielen ich musste mich im rucksack verstecken aus dem fluss schaffen indem er mich rein war es wirklich schwer hier flattern irgendwelche dinge auch immer hatte du bist nicht der statistik ding hier steht was also jetzt ist freigeschaltet kriege hier steht das ich schon mal genutzt haben und übrigens mehrere seiten hier ihrer montag und hier ist was ich suchen kann ich kann jetzt den buchabonnungsflug für 80 geld holen hier noch einige sachen für 188 geld das immer weniger wird je mehr ich bin ich noch achten das basteln dann kriege ich hier 95 prozent rabatt habe ich da gerade was gesehen was ich noch nicht gesehen habe ich kann hier auch weiter 100 runten gespielt und jetzt entdecke ich dass ich auch hier ein bisschen also das ist alles okay das ist hier eigentlich so und hier geht es wieder ich wollte eine schöne ecke finden um vorerst tschüss zu sagen ja ich kann ja mal zu ihr gehen das ist ja hier spielzeug über ein spielzeug habe ich jeden fall geschaltet das spiel muss ich einmal beenden um die kurs ausbauen zu machen und da warte ich mal auf die saison dass ich hier wieder um sachen zu machen mache ich nicht irgendwo eine statistik hier war halt gestorben zwei stunden habe ich gespielt das war schön ich kann hier noch mal kündigen wir kommen wieder zum start wegschirm und dann gehe ich noch mal in den anderen spielstand die ich gemacht habe wo ich schon länger gespielt habe da sind dann aber auch das war das mit den trainings einheiten weihnachtsgeschenke hier hier habe ich schon ein bisschen mehr sachen drin vor allen dingen habe ich hier mehr sachen schon freigeschaltet wie alles hier sind auch mehr sachen los das war es jetzt aber für erste danke für die aufmerksamkeit und bis zum nächsten mal ja herr wenn er ist das ein spiel von magic design studios und ausgebracht von jemand anderem das sind großartige mitarbeiter die das spiel gemacht haben das bringt eine menge spaß man kann sich aber auch aufregen wenn man einen schlechten tag hat und vielleicht gesehen ich habe glaube ich schon controller entsorgt nachdem ich angefangen zu spielen er war aber auch schon ein bisschen älter und ja ein spiel über das leben und den tod würde ich sagen über das leben nach dem tod der tod hatte sich überarbeitet hat urlaub gemacht er kommt er zurück und dann ist hier alles in haus versuchen muss er jetzt aufräumen die ganzen lagegeister zurechtrücken und hoffen dass irgendwann alles wieder gut wird ich danke jetzt erstmal für die aufmerksamkeit ich habe dieses spiel irgendwie genossen ich werde es bestimmt noch mal spielen ich würde es nicht die insonieren und noch mal zur entspannung am kurzem schlafen gehen nein zur entspannung oder anspannung morgens mal spielen zwischendurch mal spielen wenn ich auf irgendwelche lobbies warte ja hier war es publishing was wir haben das spiel rausgebracht großartig es hat viele fans es gibt speedruns im internet und auf youtube und so und vielleicht ist ja auch gerade rechts einer auf dem was dir noch gefallen könnte die liste da das sind ja immer sachen von anderen sachen leuten ja ähm senior manager vice president und sowas äh auch nicht jetzt auf ich bin mal gespannt ich habe auch gesehen dass diese leute die man da unterwegs trifft dass die manchmal streiken dass die was besseres haben wollen dann hat quinn auch noch diesen riesenstift ähm es geht hier viel ab und zwischendurch wird halt immer alles geschnetzelt geschnetzelt wie bei anderen spielen auch in dem genre bei dem einen möchte ich immer noch das einmal spielen aber das heißt am anderen anfang war es so cool und jetzt ist irgendwie alles überladen mit tausend sachen die man machen kann egal dieses spiel ist schön das ist knapp der tod steht uns gut und wenn ihr auf solche spiele spielt hört ihr das gerne das auf jeden fall kein fehlkauf man lernt viele sachen kennen lacht auch gerne mal wie man das was passiert ist manchmal ist es auch ein bisschen traurig was man so liest aber naja irgendwie ist der tod ja nie besonders lustig das war have a nice death danke für die aufmerksamkeit und bis zum nächsten mal